Hallöchen zu Part 8 von Half-Life. Wir sind hier in einem Safety-Durchgang, nenne ich das jetzt mal, mit Laserstrahlen und allem drum und dran. Was vorher passierte, seht ihr in Teil 7. Wir fangen jetzt weiter an. Hier in der Storage Area 2 sind wir. So, meine Taschenlampe ist Akku leer gewesen. So, machen wir mal die Kisten als erstes hier kaputt. Da, Munition. Ich sagte, es lohnt sich immer, Kisten kaputt zu machen. Kiste geht kaputt. Na, nochmal Munition. Oh, noch mehr Munition. Pass doch. So, es scheint, als ob wir hier die Leiter hoch müssen. Und wahrscheinlich da oben hin, da hatten wir im letzten Part so einen, nennen wir es mal, Detective gesehen. So ein Krawattenträger war das. Dann hatten wir auch schon ein paar Teilen vorher gesehen, der uns die Tür nicht aufgemacht hat. Ich weiß nicht, was, äh... Endlich gerettet. Im Himmel sei Dank, dass endlich jemand sein wird. Wow. Was haben wir hier? Was ist das für einer? Sieht sehr menschlich aus. Wieso schießt er auf uns? Was soll das? So, die... Okay, da oben, unten gibt es eine Knarre. Ich laufe mal vorsichtig hier runter. Ah, da gibt es schon mal eine Lebens... Auffüllstation. Als erstes holen wir uns mal hier. Die Munition. Leben gerade später. Ach so, liegt hier irgendwas rum? Natürlich nicht. Eben, das war ja schon genug. So ein Reparatur-Team. Begeben Sie sich zur Kommando- und Kommunikationszentrale. Okay. Was für ein Team. Gut, das Ding ist nicht aufgebracht. Das heißt, ich kann nur mal nach... Ja, zurückkommen, was wäre. So, was haben wir hier? Der sagt nix mehr. Dann drücken wir mal... Oh, nee. Jetzt schon wieder so ein Aufzugs-Scheiß. Das ist so ein krasser Beat jetzt schon wieder. Krittiges Techno hier. Alter. Ähm... Leute. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe ehrlich gesagt ein wenig Bedenken hier frei rum. Oh, da ist schon der Nächste. Direkt erwischt. Super. So, sind hier noch mehr? Ich hab was gehört. Gar nicht gefährlich oder so. Granate! Granate! Kommt her, Leute! Komm! Put, 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 put! Ich sehe irgendwas noch zu sehen von denen. Ah, eine Energiestation. Super. So, jetzt mache ich mal mal einen Schutz kaputt. Oh, geht's mal kurz. Lass uns jetzt mal hier die dicke Waffe nehmen. Weil die andere ist mir etwas zu langsamer munter. So, ist hier oben noch irgendwas? Do not stack. Bitte nicht stapeln. So, was haben wir hier? Was sieht man irgendwas? Nicht viel, nur diese Zungen da. Okay, so eine doppelte Sprengladung. Oha, was da alles abgeht. Das gibt's ja nicht. Das ist ja ein krasser Scheiß. Natürlich läuft dann jeder rechts rum. Ist das eine Sackgasse? Oder ist das irgendwie eine Todesfalle? Sieht aus wie eine Sackgasse. Okay. 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 Da kommt man nicht durch. So, vorsichtig drunter laufen. Ah, ja. Genau. Das ist natürlich sehr möglich, dass man... Ist das überhaupt Standard hier in Black Mesa? Dass man solche Sicherheitsforkierungen hat? Boah, leck. Boah, leck. Das ist doch nicht zu schaffen, oder? Ich überlege, wie ich das machen soll. Soll ich die Dinger alle... ... ... ... ... ... stören? Und dann löst sich der Feueralarm aus. Das ist natürlich auch shit. Wow! Wow! Dieses scheiß Mist-Ding! Und Granate! Natürlich nicht weit genug. Oh! Gordon! Richtiges Scheiß-Ding! So, mal schauen, was in den Kisten ist. Vielleicht Lohn... Äh, Maus. So, hier ist nichts drin. Oh, nicht da hoch ziehen lassen. Ich Idiot. Hätte ich die stapeln können, um rüberzukommen? Ach so. Komm. Ah, ja. So, laden wir mal wieder den Anzug auf. Oh, sogar sehr hoch aufgeladen. Oder sehr viel. Wie auch immer. So, schauen wir mal. Kommt man da jetzt auf dieses... Ja, ich komme auf das andere Band drauf. Ja, Talent verlass mich. Genau. Gar nicht ärgerlich oder so. So, und ab geht's. Oh, oh, Bar nicht! Du bist Bittig Bittig betrayed den war. Ah, verdammt. Eine Kunde, die Mösschen. Was ist das? Ich gehöre, dass du Mösschen schallt. Achtung! Das bleibt besser durch Sagesystem und das steht jetzt dem Militär. Oh, stirbt genau. So einer ist schon mal weg von dem. Warum dieses Durchsage-System untersteht jetzt dem Militär? Schon, dass er jetzt ein Militär-Unschütt ist, ja. Interessiert mich... ...nicht sonderlich viel. So, mal kurz verstecken, durchschnaufen, Lage checken, weiter geht's. Ist da irgendwas? Wow, Granate! Du Wichser, Alter! Komm her! Wo bist du? Wo hat er sich versteckt? Alter! Wer weiß da, wo ich bin? Wo kommt da her, der Wichser? Alter, so eine linke Ratte! Verdammter Camper, ey! Aber was soll's? Zurückgehen bringt die nichts. Ja, komm, lauf weiter, Gordon. Oh, ne, da sind nur noch mehr von denen. Was ist denn los? Was soll denn der Scheiß? Wow! Genau! Genau! Alter! Das gibt's doch nicht. Ich kann euch hier nicht die ganze Zeit sterben gehen. So, wie mach ich das jetzt am besten? So, erstmal hier. Roger, leck mich am Arsch. Uah! So, ich muss den Part beenden, sonst werde ich hier noch, äh... etwas nervlich zerstört. Das wollen wir nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!